Es war ein ganz normaler Dienstag. Nichts deutete darauf hin, dass Thomas Gottschalk an diesem Tag mein Leben verändern würde. Im Moment reden alle von Breakdance. Das ist der Robot. Jetzt los. Das nennt sich Breakdance. Und wen das interessiert, der kann sich das jetzt auch im Kino anschauen. Es war nur eine Bewegung, aber sie stellte alles auf den Kopf. So Freunde, wir machen das genauso wie in der Bronze. Wisst ihr was für eine Cref gründen? So wie die Rocksteady Cref. Das heißt nicht Cref, das heißt Crew. Willst du das wissen? Ja! Sie sind überall! Soll das heißen? Brechtanz? Die jungen Leute wollen sich aufdrücken. Individualisierung. Das kennen wir schon was. Sind Sie der Meinung, dass die Straße der richtige Ort ist zum Tanzen? Ja, wir tanzen diesen Tanz als Solidaritätsbekundung. Mit den Unterdrückten des kapitalistischen Systems. Points auf. Aha. Ich habe im Betrieb jetzt Klo-Dienst. Wie lange? Solange wie geschissen wird. Um Weinz. Ehh. Wir machen diesen Breakdance sozialistisch. Das ist eure Halle. Sozialistische Breakmusik. Für uns gab es plötzlich keine Grenzen mehr. Die DDR lag uns zu Füßen. Hier, du bist berühmt. Geht in die Kurse in den FDJ-Clubs. Das habe ich nicht gesagt. Du bist das richtigstellen. Wenn Sie mal Probleme mit der Disziplin in der Gruppe haben. Irgendwas finden wir bei jedem. Ich habe ein paar Sachen aus Berlin gehört. Die batteln auf der Straße. Batteln. Das ist dem Motto rein. Nicht weit. Feuer, Feuer.